Wir haben eine sehr, 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 sehr lange Sendepause. Und wir haben gedacht, wenn ihr uns vermisst, könnten wir euch vielleicht mit einem kleinen Spiel aufheiten. Und das ist ein ganz schönes Spiel. Schaut mal, das könnt ihr ausdrücken auf unserer Webseite. SRF.ch.devil Und zwar ist das Schlagzeilen-Bingo. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach die Wicke mal etwas rumgespunnen bei uns in der Redaktion und haben gesagt, was für Schlagzeile werdet uns der Summe durch beschäftigen, auch wenn wir nicht rum sind. Schlagzeil 1. Schlinge. Trump vermietet weisses Haus auf Airbnb. Erdogans Schnauz beantragt Asyl. Auch schön. Budgetkürzung. NASA plant Mission ins Thurgau. Kuschelfussball. Jetzt kommen die Schwuligen. Traumpaar. Ivanka, 35, heiratet Putin, 36. Gölle-Sex-Tape. Auch im Bett ein Bürzer. Also das könnt ihr abeladen.